So, La Tigra ist ein tolles Projekt. Wirklich, ich kenne La Tigra von ganz, ganz Anfang an, bis heute. Ich habe schon gesehen, wie die Bäume eingepflanzt haben. Und dann, wie die auch den Lodz, wie die auf die Idee gekommen sind, dieses Projekt gebaut haben. Das ganze Holz, das man hier benutzt hat, haben die quasi hier selbst geerntet. Und alle Zimmer sind mit voller Liebe gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020